Sie wollen wissen, gibt es Systemfehler bei Spielautomaten? Ja, gibt es. Aber Sie brauchen eine spezielle Software, um diese zu nutzen. Schauen Sie mal auf den Guthabenzähler unten. Das Guthaben steigt langsam, aber beständig immer weiter an. Über 30 Euro Gewinn in unter einer Minute. Auch Sie können Spielautomaten mit Systemfehlern schlagen. Wie das geht? Mein Geheimnis lautet Software-Manipulation. Es folgt ein Beispiel einer gelohnten Casino-Manipulation im Online-OLED. Jetzt das Spiel mit manipulierter Casino-Software im Echtgeldmodus mit einem Startguthaben von 8204 Euro. Wir sehen, das Guthaben steigt konstant. Mit Spiel- oder Set-Systemen schlagen Sie das Casino definitiv nicht, da das Casino immer einen Hausvorteil hat. Es klappt nur dann, wenn Sie wissen, wie Sie das Casino manipulieren. Der Trick ist es, den Hausvorteil des Casinos umzudrehen, sodass Ihre Gewinne gezählt, Ihre Verluste aber zurückgenommen werden. Folglich spielen Sie mit einem positiven Erwartungswert. Und gewinnt so über mehrere Runden automatisch Geld. Es ist dann egal, ob Sie irgendwelche Set-Strategien benutzen, die Manipulation der Casino-Software lässt Sie automatisch gewinnen. Schauen Sie mal auf den Zähler. Schon über 600 Euro Gewinn. 16. Rot. Pair. Spieler gewinnt. Ihre Einsätze bitte. Das Guthaben beträgt jetzt 9329 Euro und steigt weiter. Wir sind jetzt bei einem Gewinn von 1125 Euro in nur 13 Minuten. Wir kommen so zum Endguthaben von 9379 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 1179 Euro. Sie sehen, dass ich Ihnen hier keinen Bären aufbinde. Da habe ich mich mal hier in meinen Casino-Bank-Account eingeloggt. Das heißt Web-Dollar für den Casino-Club. Sie sehen hier, dass ich innerhalb der letzten 360 Tage, also im Jahr 2012, folgende Beträge abgebucht habe. Das sind über das Jahr 2012 verteilt einmal 31.000 Euro, 49.000 Euro und 48.000 Euro, wenn wir das mal zusammen addieren. Dann kommen wir auf den Betrag von 130.000 Euro in etwa. Zuzüglich der Beträge von Januar 2013 kommen wir auf 155.000 Euro, die ich innerhalb von einem Jahr abgebucht habe auf meinen Bank-Account. Es sind keine Einzahlungen hier vorhanden. Es sind wirklich tatsächlich 155.000 Euro, die ich in einem Jahr gemacht habe. Wenn auch Sie mit dem Spielautomatentrick einen solchen Betrag gewinnen möchten, so klicken Sie einfach jetzt unter diesem Video auf den Link Spielautomatentrick.com. Tragen Sie einfach auf der nächsten Seite Ihren Vornamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Jetzt kostenlos teilnehmen. Sie können dann sofort Ihre manipulierte Casino-Software herunterladen. Sie finden auf meiner Webseite www.spielautomatentrick.com auch alle Informationen darüber, warum ich für Sie den Spielautomatentrick kostenlos zur Verfügung stelle und Sie werden auch darüber aufgeklärt, warum der Spielautomatentrick legal ist. Besuchen Sie jetzt www.spielautomatentrick.com oder klicken Sie unter diesem Video auf den Link www.spielautomatentrick.com Spielautomatentrick.com